Musik Was ist das denn? Das hatte ich ja noch nie gemacht. Tja, egal. Musik Moin, Dieter. Moin, Wolfgang. Ich habe ein Problem. Ach, du weißt doch, kein Problem ist unlösbar. Das bekommen wir schon hin. Ey, was machen denn die Fenster? Ach, die sind kaputt. Nein, ich meine die Fenster. Ach so, die Fenster. Ja, die stehen immer da. Nein, die Fenster. Deine Trecker. Das sind meine Zuchtfans. Was? Ja, damit züchte ich. Ja, so ist das gut. Und jetzt, äh, hopp. Ja? Ja, genau so. Komm, wir machen uns aus dem Stau. Was machen die denn jetzt da drin? Ja, was wohl? Nicht dein Ernst. Der zaubert jetzt ein Baby in Bau. Oh. 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 Oder? Das ist das, das ist das Problem. Mmh! Ah, jetzt sind sie wohl fertig. Die kalbt jetzt in zwei, drei Wochen und in drei Monaten sehen wir beide uns wieder, dann ist der kleine Fendt nämlich groß. Ist der süß! Schau ihn dir an, ist er nicht gut geworden? So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Trecker. Danke, was ist das für einer? Das ist ein Fendt One. Warum One? Weil das der Erstgeborene ist. Das ist ein Fendt. Das ist ein Fendt.